herzlich willkommen lieber georg du hast also gesagt du wirst nichts sagen in diesem also wir machen jetzt dieses produktvideo und du wirst nichts sagen ist richtig ja das heißt du wirst nicht über den rock elot berichten elot über den wir in drei farben hier haben das bedeutet ich verstehe das richtig du hast vor nicht zu erzählen dass wir hier dark blue und die schwarzen rock haben und der ist hier in fluffy ausgeprägt wie wir das auch schon von den oberteilen kennen all das wirst du nicht erzählen ja ach ja ach wir machen pantomime ja das kann jeder tragen bei dem rock elot ist es so wie bei allen teilen von format ist auch 50 teile jede kombination aus stoff und farbe limitiert das heißt mir läuft schnell nach wie die mutter sagt wir haben taschen hier in diesem röckelchen drin das ist auch das ist so eine art was heißt so eine art das ist ein sweat stoff das heißt er ist auch entsprechend warm schmiegt sich schön um die hüften da haben wir ein paar passende fotos wo dann auch eine frau drin steckt und wir sind immer sehr froh über die format teile weil sie die antwort sind auf die herausforderung wie kann man anständige business fähige kleidung produzieren da brauchst du nicht so zu sagen du weißt nicht worum es geht soweit das war wieder eine präsentation mit format ich bin der holge das ist die susi und tschö